Hallo und herzlich willkommen zurück zur Chaoten-Folge, Katastrophen-Folge. Wir werden mal ein bisschen Ärger machen hier. Und zwar haben wir die hier, ne? Und zwar werden wir mal ein bisschen damit rumspielen. Und zwar will ich... Das Ding, die Frage ist, wo kann ich... Kann ich irgendwo die Stärke einstellen? Ah, hier. Und zwar eine 10. Lassen wir jetzt mal einschlagen. Genau da in der Mitte. Wir wollen uns das mal angucken hier. Das will ich mir nur mal angucken. Wie das aussieht. Direkt aus der Nähe. Am besten soll ich hier im Auto sitzen, ne? So hier so. Oder auch nicht, ne? So, so. So, das ist ein Parken, das ist ein Kind. Du fahrende, halt's die Maul jetzt weg. Live dabei sein. So. Zu, so als ob ich hier so lang laufe. Na komm. Schlag ein. Ihr wüsstet, dass es euer Ende ist, ne? Ist das denn hier zu laut, oder was? Das zieht doch auf. Ihr wüsstet. Hm? Will heute nicht. Na komm. Wie lange brauchen wir sowas? Ich hab Zeit. Warten wir, ne? Und so hat das Ding schlägt da ein, ne? Wie ne Bombe. So, trinken, ne? Immer schön dran denken, viel trinken. Das heißt viel, genug trinken, sagen wir mal so. Da kommt er. Ja, ist ja gut. Nein, lass mich weg da. Bruder. So kleiner als ich dachte, muss ich jetzt mal ehrlich zugeben, oder? Oh, der hat auch gesessen, komm. Schön hier ein bisschen kaputt gemacht. Mein Gott. Schlimmer ist. Doch schlimmer ist. Ja, ein Gebäude steht in Flammen. Guck dir mal hier an, hier. Da steht so einiges in Flammen. Flammende Inferno. Ja. So, wie viel haben wir denn hier? 5.766 tot. 170 Gebäude kaputt. Straßen, ja. Brennende Gebäude. So. Kann man mal so machen, ne? Was nehmen wir denn mal als nächstes? Wenn wir hier mal so im Waldbrand, oder? Ja. Da kommt ein Waldbrand hin. Einsturz der Gebäude. Machen wir. Die Industrie mal kaputt. So. Schauen wir mal. Wenn da das Feuer ausbricht. Ist da eigentlich irgendwas, was da aufpasst? Ja, ich glaube da. Das Ding brennt auch? Vorm Arsch der Welt, Mann. So. Ich kann mir nicht leisten, dass sie ausziehen, ne? Warte mal. Schön. Schön weiter Wasser kriegen hier. Nicht, dass wir abhauen hier, bevor ich die töten kann alle. Ja. Alter, das sieht doch aus. Katastrophenschutz ist der vollkommen überfordert. Alter. Bam. Das war alles im Arsch hier. Was hier? Ja, gut. Ich löse schon mal andere aus, weil das dauert ein Gewege. Ach, das ist der Waldbrand. Warte mal. Den holen wir uns da hin. Da? Wo? Da. Warum geht das schnell? Können wir da reingucken, ne? Ah, brennt ein bisschen, ne? Mal gucken, wie sich das ausbreitet. So. Das ist nur eingestürzt. Was ist das denn? Langweilig. Katastrophe. Dicken Kra... Ja, erstmal einen dicken Kraater. Den hauen wir... Stärke 10. Den hauen wir vor aufs Harmenland. Das ist ja gut. Okay. Wo sind denn die Feierhubschrauber und so? Mehrere Probleme? Warum das denn? Glückwunsch. Alles haben wollen. Das ist ja nicht mal meine Stadt, wo ich mit ich spiele im Let's Play. Das gefällt mir bis zum Besten. Da kann wieder alles aufgebaut werden. Was wollt ihr denn? Da kommt ein Denkmal rein. Und zwar ist das, ne? Oh. Oh, mein Gott. So spektakulär ist das jetzt auch nicht. Na los, wann kommt hier der Krater? Ja, solange mal gucken, was haben wir noch? Was machen wir gleich? Die Erdbeeren hauen wir gleich hier rein. Ne, da lassen wir ihn toll. Ja, das ist doch gleich vorbei. Klar, Krater kommt gleich. Los, zeig her da. Oh, ihr geht mir auf den Sack da oben. Mach das weg. Sag mal her da, wie die alle in der Schlucht fahren, die ganzen Häuser. Na? Okay. Alles kaputt. Wie, das war? Das ist ja größer. Extra auf 10 gemacht. Extra auf 10, ne? Na gut, ihr wollt's ja nicht anders. Größe 10. viel spaß hier spaß alles wegfegen jetzt haben wir hier was aber gleich zu ende blöder weibbrand her schraub schraub schraubs los der war bis jetzt noch am schlimmsten einschlag na klar im zeichnen jetzt oder wohnst du hast du bist da drinnen schade meteor auf kopf geschmissen naja weg naja halb preisende ach kass so lange Tut mir leid, aber hier gibt's da erstmal ein Feuer, Alter. Ein blödes Haus, oder was? Ein Haus brennt, nu? Na gut. Hey, da sind wir noch da rein. Ach, wer haut da jetzt durch, wa? Oh, jawoll. Komm. Zeig, was du drauf hast hier. Ah, das ist ja geil gemacht. Wo ist ein Auto? Hey! Jawoll, hier. Uuuuh! Neu, der Tornado! Alter, der jacht aber auch voll durch, ne? Fährt da zufällig ein Auto vorbei. In der Richtung. Was sind denn diese Autos? Du bist... Du bist... Ja, so muss das sein. Fliegen die Leute auch weg? Wo sind die? Ach, scheiße. Oh, wechseln sie. Da! Fliegen die Leute! Ach, du Heilige! Ey, die beschweren sie immer noch über Kreuzungen. Die sollen mal gucken, was da durch die Stadt fängt. Geier hier! Alter! Alter! Alles im Arsch! Kaputt! Der war richtig gewütet, wa? Gewütet ja immer noch. So! Platz ist gerank, Leute! Ah, guck mal, da liegt da einer. Der ist verwirrt! Der war ja auch im Auge des Herrucans. Der ist arbeitslos und verwirrt. Alle verwirrt. Oh, wow! Da fliegt das alles runter. Da fliegen die Sachen! Da kehrt erstmal nirgends wohin. Na, wo will er jetzt denn? Komm, krieg ich wenigstens Wasser. Das war ein Tornado! Alter, ist der hier durchgefegt. Alter, mach ich Minus. Egal. Krater, Tornado. Krater, Tornado. Alles zusammen! 14.000 knapp. Aber Barb, das war noch nicht alles. Ähm. Stärke 10, den hauen wir da rein hin. Nee, noch nicht. Noch nicht. Abklingt zu 8, muss warten. Na gut. Alles betroffen. Boah, ist schon mal ne Menge, wa? Genau 10.000. Leute, Klimawandel, was macht ihr denn? Was habt ihr da vorn? Ah, wenigstens mal die Tasche noch mal wieder aufbauen. Ha. Immer schon Klimawandel beachten, Leute. Ähm. Wo war das? Da? Na ja, komm. Guck mal hier mal. Ja. Kann man ein bisschen reparieren, Leute. Ne? Schön heile machen alles. Ups. Wo kommt denn der Stärke 10? Gewittersturm. Ich muss richtig knallen hier. Kommunalität. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich glaub's ja wohl nicht. Da. Das reicht. So, jetzt könnt ihr alle hier einziehen. Na, wo ist der Gewittersturm? Weißt du was? Erdbeben. 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 Ah. Wo hau ich denn ein Erdbeben hin? Komm, hau ich auch hier mit nach. Ach, warte mal. Da geht's los. Aber. Egal. Ich hau da jetzt auch nochmal hin. Da kommt mal ein Gewitter rauf. Alter. Das ist mal am Schnallen hier, wa? Ja, ja. Da kann ja noch mehr brennen. Oh, da oben. Komm, so schlimm war das jetzt aber auch nicht. Ach, kein Strom. Na ja, komm. Na? Egal. Ach, das ist auch kaputt. Jetzt wollen die gleich rum wegen Wärme. Sollen die ja nicht. Ist doch ganz schön, ja. Ach. Was wohl da brennt das? Bleibt denn das App hier mir? Ja. So, was haben wir hier? Oh, da. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Na, wie lange plackert das? Oh. Oh. Krater. So, jetzt komm ich. So, jetzt komm ich. Alles abklingt, Zeit immer, ne? Komm, hier. Weil wir, ähm. Ah, sie haben nicht kaputt genug. Jetzt gibt's die totale Vernichtung hier. Ja. 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 Stimmt. Ja. Ja. Die restoreden찬 da habe ich mir das ganze stadt muss auf den Arsch sein da kommt was da auch ja ja alles gut tut mir leid Leute ja alles gut ja 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 Man, ich wollte da was gucken, man. Heeeey. Er ist auch Toplet. Gut. Jetzt kommt er. zeit wasser fließt sich daraus da kann gleich löschen alles kaputt viele bewohner verloren 20.000 12.000 1100 oh man naja viel schlimmeres naja wo ist die dicke Flutwende hier alter alles weg das muss da löschen hier das war es mit dem schönen Gebiet oh das Wasser ist ja wieder da was wollt ihr denn so haben wir hier schon mal einen neuen See siehst du hier kann gleich gelöscht werden was wollt ihr schön hier pass auf oder auch nicht brennt weiter was ne jetzt schon sagen n 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 ab ab und die gesinnt flutiger ja ich weiß die ziehen alle aus sind scheinbar zufrieden so ein kleiner See macht die alle so im Arsch und Leute Müllberge, Mann, und das ist ein Problem jetzt gerade? oder das ist schlimmer? die ganze Stadt ist für ein Arsch wo bleibt denn die dicke Welle? ja, einige bisschen Wasser das war nicht der Katastrophenschutz macht der noch was? hey, bisschen Ärger, ne? mit der Rohre und schon rollen die rum mit Abwasser oder was? das ist heute arbeiten die Piss hier Mann, 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 Mann wie zu, dass ihr arbeitet nicht genug jetzt ist es eh egal pass mal auf ihr dürft doch sowieso alles benutzen was ihr wollt oder nicht? nur Strom fürs Heizen benutzen, kommt meine Güte, ey so zu, dass ihr was tut oh, bleibt die Welle keine Zeit hier schöne, fette Welle, ey der arme Hafen sieht doch gut aus können wir wieder neu einziehen mal dasselbe durch ja los, wo ist die Welle? die soll mal den Rest noch wegfegen hier da noch eine tue ich hm zu lange warten ach, warte mal warum nicht gleich so, ne? kröp das ist ja knatsch der ein wie ist der die lebte die haben probleme der meistfeld aber guck doch mal die stadt anscheinend die meistfelder natürlich annehmen hallo hier erst die welle haben man da alter kommt da kam ein bisschen hofft bin ich vorher pleite das darf nicht passieren schöne welle hier schon ein tsunami er kam das will ich jetzt noch sehen gibt's haue aber die brote die können immer weiter fahren warum auch nicht ist hier noch höher als sonst mal naja ich weiß ja alter kommt ja noch mehr ne das ist das die drei die ich bestellt habe ne müssten ja weiter auseinander sein eigentlich da läuft man hier den ganzen feier die letzten überlebenden werden jetzt noch weggespült oh mein auto der der na vor acht und und ja da kam die und und w und am genug hallo sag mal her was sie drauf die kommt nicht weit da ist ja gut schon gesehen alter jetzt wieder zurück rüber das Jetzt hopp da. So du. Hier bleibt ne Menge hängen. So, passen. Jetzt fließt wieder zurück. Alles im Arsch, ey. Gebrannt. Kann man nicht aufbauen? Ja. Ich würde sagen, was machst du denn erstmal für heute? Haben wir alles mal ausprobiert. Die Stadt wird nichts mehr. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bei der nächsten Folge ist die Skyline. Spiel mal wieder normal. Bis dann. Tschüss. Oh, hat er den Mund. So. Katrophenrisiko niedrig. Und das ist das ganze Wasser gerade, ne?